was nein hallo herzlich willkommen zu einer neuen war von battlefield 1 doch ich spiel mal schwere panzer er fährt zurück ich spawn mal direkt bei dir soll er kommen ich werf die muni hin und du ganzes weg ja sehr schön sehr schön ich weiß gar nicht in welche richtung der kampf gerade geht ja bleibt ja einfach stimmgeblockt wahrscheinlich war ich das jetzt nicht ich lauf mal zu a jetzt ganz da hinten ich hab jetzt keinen bock dazu auf den drücken zu laufen es nicht gibt er sich da ganz schön vorsprung Sneaky-peaky. Wow. Bist du auch bei? Ja. Nimm die Munition! Ich nehm sie doch schon. Das ist unsere, ja. Warum wirft einer von uns zu uns ne Gasgranate? Was soll das? Ich hock mich mal in die andere Ecke. Ist glaube ich ein bisschen, bevor er da einfach ein Spray reinmacht. Schön. Wohin, Chef? Erstmal weg. Ich seh hier nix. Geh mal B. Ah. Okay. Voll Angst, wenn ich da einfach immer in die Ecke springte, dass mir dann plötzlich einer voll entgegenläuft und bei sowas will ich immer. Du gehst die Ecke, dann geh ich die. Heiß, 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 heiß. Dann geh ich die Ecke. Oh, die ist nicht so wirklich safe. Dann geh ich die Ecke. Ah, Panzer, Panzer, Panzer! Ah. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Wo bist du? Oh. Ja. Oh nein. Jetzt ist bei mir ein Scheiß-Dom-Soldat reingelaufen in das Zimmer und haut uns alle weg. Oh. Naja. Wenn ich mal so viele Kills hintereinander machen würde wie der. Wie spielen die bloß? Jetzt kämmt der da und tötet unseren Sunny. Ja. Das war klar. Schade, schade. Lebst du noch? Mhm. Ist der Panzer schon da? Ja klar, die sind alle hier in die Ecke. Oh shit, oh shit. Nein, Granate verschmissen! Nein, nein! Jawohl, ich hab Beeren genommen. Wie du immer überlebst. Ich versteh das nicht. Ich spawn bei dir, renne und dann bekommen wir zehn Gegner entgegen und ich sterbe. Du rennst immer noch da in der Gegend rum. Oh, das war knapp. Ah, scheiße. Ey, was? Wo kommt denn der jetzt erstmal her? Mann, überall Gegner. Wie du das überhaupt überlebst. Das versteh ich überhaupt nicht. Ich bin schlägst tot. Wo spawnen wir denn? Ähm. 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 B? Ja, kommt da. Irgendwie. Da waren gerade zu viele. Was? Ich mag das bei dir. Ähm. Nein, warum sterben die bei mir nie? Oh. Wir haben Einsatzziel Bertha verlohn. Oh. 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 Hinter mir. Wo kommt denn der auf einmal her? Die hinter dir. Ach. Oh. Oh. Das ist ein Sunny, komm schon, arrive mich, Alter. Au! Au! Tu die Pistole aus der Hand und... Hier wurde ich noch angehitzt. Hier? Wie funktioniert das? Ach, wir sind das Schild am Verlieren. Komm immer in dieses Schlußerteam. Ganz ehrlich. Ich reloade mal. Ich hab zwar noch 150 Schüsse, aber man weiß sie nie, ne? Oh Gott sei Dank, hab ich mich hingelegt. Ich schmeiß einfach mal die Granate hin. Kann ja mal sein, dass ich vielleicht was treffe. Natürlich nicht. Ganz ruhig, nicht aggressiv werden. Mach hier mal weg. Nein, das war auch ein Gegner. Alter. Was? Ich war schon ganz verwundert, wieso du nichts machst, Mann. Ich hab den anderen hinten getötet. Hinter mir. Ey, nicht hinter mir, sondern... Ja, der ist über mich. Wow. Oh nein. Was? Panzer oder wie? Nee, das nicht, aber... Oh, ja. Nice headshot. Wir haben Einsatzziel David erobert. Boah, wie viele da einfach sind! Boah! Schon wieder B, was ist denn für Scheiße? Ich hab die Granaten. Ich auch nicht, wenn ich die Granaten bräuchte, hab ich keine mehr. Ja, das Problem ist, ich bin Versorger und hab trotzdem die Granaten, weil ich die immer irgendwie verwende und dann vergessen mir selber Huni zu geben. Wow. Markier mal ein paar Sachen, weil sonst verlassen wir uns die Punkte vergehen. Wie ist der? Das wäre aber ganz cool eigentlich, weil B hilft. Das ist auch eine geile, geile Stelle. Ich kann C und B verteilen. Die muss ich mir echt merken, die Stelle hier oben im Haus. Ich bin geil, der... Glaub ich jetzt. Oh, jetzt, jetzt. Oh! Direkt dahin schießt. Ich geh ab, halt! Okay. Uah! Alter! 73, schade. Sollte abgesichtet! Scheiße! Und du hast Huni, ne? Ja! Scheiße! Jawoll! Boah! Boah! Meine Güte hab ich Glück! Flammenschutz! Na, 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 na. Glaub ich grad eine Pistole rum... Oh! Stürb halt! Meine Fresse! Oh mein Gott! Alter, ich hab jetzt grad drei Nachkampfkills gemacht. Ich hab grad, ich glaub, 100 Schuss in einen verballert. 100 Schuss! Alter, oben im Haus, da wo ich grad war, haben alle gespawnt von den Gegnern. Alle! Wenn du geist! Alter, Alter! Boah, ich weiß genau, wo die Säcke sind. Alter! Da hab ich grad richtig krass drauf! Wo? Geh ich nicht hin? Wir haben Einsatzziel David erobert. Ich weiß nicht mehr, wie... Oh Gott! Panzer, 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 Panzer! Wo ist Panzer? Ja! Panzer, Panzer! Warte! Ist der Panzer weg? Nein! Oh, da hab ich mal Nachricht bekommen! Nein! Oh, ich hab noch die Waffe von ihm gesehen! Jetzt kamen sie alle rausgerannt! Jawohl, ich hab den Fahrzeug zerstört! Schön! Wir haben Einsatzziel Bertha verloren! Ach Mist, ich würde gerne bei dir spawnen! Kannst du dich mal kurz in Sicherheit verbringen oder so, damit ich bei dir spawnen kann? Oh, Alter! Ich hab so Glück grad! Ich hab so Glück grad! Aber ich bin grad voll am Arsch! Jetzt! Ich spawn mit dir! Hast du Muni hier? Der Munition! Joa Muni, schade! Ach, du bist in den Raum wirklich vorhin drin, oder? Nee! Doch! Nee, nee! Du warst auf der anderen Straße! Der war viel schöner! Da war ich, oder? Nee, da war ich nicht! Da? Nee! Ich find den Kack Eingang nicht! Nö! Nicht fett! Voll! Mist, Alter! Wir haben Einsatzziel David erobern! Wir haben Einsatzziel David erobern! Wir haben Einsatzziel David erobern! Ich weiß nicht mehr dieses Dreckshaus wo ich drin war! Das war so ein geiler Blatt! Ich weiß es noch! Oh! Letztes Mal noch viele! Einmal eine Granate werfen! Und dann hoffen, dass sie was treffen! Ja! Jawoll! Voll geil! Haha! Er ist gekommen! Oh! 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 Ich möchte nochmal wieder zurückliegen, gerne! Halbau! Hab ich! Loll! Ich hab' mit.. Loll! Ich hab' grad.. Guck mal! Ich hab' grad mit dem Hammer... Mit dem Hammer, hab' grad drei Kills gemacht! Geil! Hast du ein Fahrzeugzustellen? Ja! Mit dem Hammer! Oh, dass die immer um die Ecke kurz sneaken müssen und direkt vor deiner Fresse stehen und dir alles... Oh, nein, Schrotflinde. Dass der keinen Headshot von mir bekommen hat, ist wunderlich. Komm schon, Sunny, du bist neun Meter von mir weg. Also manchmal finde ich das voll komisch, wenn da steht neun Meter und die bewegen sich einfach nicht. Gar nicht. Ach, schade, könnte ich mal spawnen bei B. Ja, gut, ich spawn bei C und laufe dann hoch zu... Oh, nein, wo spawne ich dann? Lol, einfach. Ach, du Scheiße. Naja, das wird ein bisschen blöd. Ach, jetzt spawnen die da alle. Holy shit. Ich bin so voll am Arsch. Voll am Arsch bin ich so. Ja. Und die siehst du auch nicht. Erst wenn es zu spät ist. Brauche ich nicht reanimiert werden an dieser Ecke. Ne, ich spawn bei D und laufe dann von D aus zu B. Ich glaube, da habe ich mehr Chancen. Och, ich spawn... Also die Spawnpunkte. Du willst bei D spawnen und spawnst dann näher an irgendeinen anderen Scheiß, als du dort, wo du spawnen willst. Hallo? Was noch? Schau, sterben wir nicht. Größte Frechheit hier. Ich stecke hier einfach mal voll fett fest. Huch, hier fällt der Spawnpunkte. Ich komme hier nicht mehr raus, ich bin voll am Arsch. Yes, nice. Von B, wir kommen von B einfach nicht mehr weg. Was von B? Von C mal nicht so. Das Team steckt hier voll fest. Nein, das ist ein Flammenbeer-Verschützer und ich habe es nicht gecheckt und ich laufe dir hinterher. Ich dachte mir, jetzt mache ich den Pferd, ich schieße voll in seinen Rücken. Er dreht sich um. Hey, was willst du da? Und haut mich weg. Oh mein Gott. Wir haben Einsatzziel David verloren. Aber, ah, ich kann bei A spawnen. Yes. Ich möchte hier irgendwie weg. Ich merke mal, wenn du dich drauf fixierst, an einer Ort und Stelle zu kommen, ne? Bei einem... Bei einem Spiel. Wieso wartet da keiner jetzt? Ach Gott. Dann kriegst du das? Ich war gerade zu gefährlich. Oh, es sind doch viele. Das ist so unfair. Ich finde das so unfair. Ich bin bei A spawnen. Ich würde da sind voll viele. Ich schieße gerade ein und dann kommt Spawner plötzlich zwei oder so. Boah, das war jetzt so unfair, man. Ich bin bei A, du Depp. Ich war vor dir da. Da war der. Oh, bewegt sich halt nicht. Das war voll der Headshot. Genau. Und er holt... Das ist so unlogisch. Nicht aufregend. Das ist normal. Das war halt Pech. Das ist so ein bisschen, dass der da sich genau bewegt hat, als ich geschossen habe. Na ja, und... Na ja, kommt vor. Das sehe ich nicht so schlimm. Oh! Das warst du. Das ist so unlogisch. Hallo, wie schnell tötet ihr mich denn? Dass ich immer reingehe und irgendwie direkt sterbe. Nehme ich mal so eine Chance, um in die Mauer zu gehen, um hinzulegen. So viele Gegner. Heftig. Na ja. Ich hau die Gegner nur so weg, aber dann irgendwann kommen so viele Gegner. Komm nicht mit dem Nachladen. Nicht mehr nach. B können wir nicht mehr. Wir kommen nirgends mehr auf. F wird sogar eingenommen. Ja, ne. Das F mag ich überhaupt nicht. Der muss dann so weit rennen. Ich geh immer zu A. Äh, E immer nicht. Ja, E ist gut. Und du spawnt so gut wie bei F. Stimmt. Wow. Ich spawne direkt vor mir den Gegner. Nein, nein. Lass in Ruhe. Lass in Ruhe. Lass in Ruhe. Ich kann nach dem los. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich bin nicht getötet, aber er wird auch nicht mehr angezeigt. Wollen wir kurz E verteidigen, oder? Ach so, wegen den Punkten. Ja, dann bleib ich schon hier. Ist ja gleich vorbei. Ich hübe mich aber hinten in die Ecke bei, sonst... Ah nee, da... Ja, wohl. Ich lege mich mal so hin, dann kann ich die richtig wegsnatzen, wenn sie heute langkommt. Oh, shit. Da ist ein Gegner bei ihm. Nein, ich schrottet. Siehst du den nicht? Ach da, jetzt läuft er weg. Das kann es doch nicht sein. Warum läuft er nicht zu mir? Ich habe ganz woanders hingeguckt. Oh, verdammt, ey. Komplett woanders. Oh, shit. Bitte nicht. Ja, genau. Ich kriege wieder keinen einzigen. Noll. Ja, das war klar. Ich muss einen Typen, mehrere Schaden machen, und zwei Headshots, damit der stirbt. Mittlerweile. Das ist, finde ich, ein bisschen kacke. Oh, E wird eingenommen. Ach. Ey. Ja, das Gegnerteam ist einfach zu stark. Findest du. Ich versuche nochmal bei A zu spawnen. Hey, wir sind vorne. Ich hab schon einen richtig geilen Platz gefunden. Ja, ich hab mal auch einen geilen Platz. Und der ist leider. Ich komme jetzt wieder von der anderen Seite. Schauen wir, ob das was bringt. Wir haben Einsatzgruppe. Wir haben Einsatzgruppe. Ja, es hat nicht mehr. Noch einer. Komm schon. Direkt noch einer. Schmeiß halt eine Scheißgranate. Der verdammte Scheiße. Ich bin ein Geist. Ich glaube, es hat funktioniert, das mit dem Ausmohinbrennen. Ich bin ein Geist. Oh nein. Oh nein. Warum nicht? Oh, ich hab nicht einen Schaden zugefügt. Das ist heftig. Da kommen zwei Gegner um eine Ecke vor mir. Ich spray einfach aus der Hüfte raus. Einsatzziel Emi. Ah. Reanimiere mich halt. Du bist zwei Meter von mir. Und ich hab da nicht einen Schaden gemacht. Das ist ein einziger getroffen. Und jetzt hab ich beide getötet. Weil ich reanimiere wohl. Rache ist süß, Bitches. Schon wieder wird eh eingenommen. Wir wollen mal bei A bei mir. Falls es zu lebt, dann. Ich, na, ich leb noch. Ich wurde reanimiert. Ich hab Schre... Ich dachte, ich hab Schritte gehört. Und ich versuche... Bin ganz allein bei einer. Ja, ich versuche jetzt mal eh zu verteilen. Und ich versuche sie einzunehmen. Bitte geht es gut. Bitte, komm schon. Nehm schon da ein. Da ist eine Gaskanate. Gaskanate hat ein Leck. Die Nerven, so. Komm schon, gleich hab ich's. Weil es ein bisschen Gaskanate hat, weg ist. Wenn man allein irgendwas einnimmt, das dauert so lange. Ja, ja, das ist nicht mehr. Ja, die ist weg. Komm schon. Klar, ich kann kein Gaskanate mehr. Das war bei Erd, gleich. Nee, ich stirb halt. Ja. Jawohl. Flakeneutral ist. Endlich kommen Verbündete. Dankeschön. Also, wenn du Rainbow Six spielst, ne? Und da im Battlefield. Leck mich fett. Die fressen hier so viel auf dem Battlefield. Ja, das ist krass. Doch brauchst du mehrere Magazin, um einen zu töten. Boah. Alter Verwalter. Jetzt kann ich bei dir spawnen. Brauchst du irgendwas Bestimmtes? Muni oder so? Alter Hinde. Haha, bei dir war irgendwo ein Gegner. Deswegen kann ich bei dir nicht mehr spawnen. Jetzt spawn ich bei dir. Ja, das ist ein schwerer Panzer. Haha, wo spawn ich denn? Im Feuer? Was ist denn das für ein Kack? Wow. Wow. Alter. Oh nein. Warum, warum wieder ich? Mit der Schaufel? Von vorne? Ein? Hä? Ich hab nicht meine Animation gesehen. Und ich hatte fast volles Leben. Wieso? Und du lebst immer noch, oder? Ey, wie viel Glück du hast. Ich spawn, oh nein, ich spawn hier. Nein, und ich spawn bei dir. Der hat ne 9 HP noch. Ich hab ihn fast gekriegt. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Nein. Wir verlieren so schnell die ganzen Punkte. Wir können nur bei F. Ne, warte, ich warte. Ne, ich spawn bei dem Panzer. Bei D. Oh, das kann ich auch machen. Ähm. Egal, ich bin für nicht. Ah, 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 ah. Oh, geht's doch. Äh. Wupple. Das war ne Headshot. Wir machen. Ne Fresserei. Ich steck aus. Wo waren wir hin? B. Ich fiel unbedingt wieder bei B, bis ich hin rum. Da waren wir relativ gut, ne? So, wo war jetzt mein Scheißhaus? Ich weiß das nicht mehr. Oh, stimmt. Da waren wir, da waren. Komm, komm, Sandi. Wieso läufst du es mit weg? Wie gekressen ist das? Unfassbar. Und ich krieg einen Schuss ab und hab nur noch 21 Leben. Und bei mir, ich treff, 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 treff. Das ist echt krass. Ja, mir geht's aber genauso irgendwie. Das ist heavy. Und dann bei mir einmal, dumm. Und dann bin ich unendlich. Sag mir nicht, du kriegst mir gerade bei mir gespawnt. Ich bin spawned bei dir, zack geworden zu fummeln. Ja, ich dachte mir aber auch gerade so, oh fuck. Bitte hat der kein Fahrer. Bitte hat der kein Fahrer dabei. Mit Fahrer. Weißt du, und Leute, so geht es mir die ganze Zeit im Battlefield. Deswegen kommen so wenige Battlefield-Videos. Weil es uns die ganze Zeit so geht. Oh, nein. Oh, oh, je, je, je. Du brauchst gar nicht dahin zu dem Ding, der slappert jemand. Was Böses. Oh, gut leben. Ich versuche einfach mal rüber zu laufen. Ich komme mit. Tirodivo. Wir haben den gleichen Weg wie letztens. Hier entlang so. Lalalalalala. Keiner sieht mich. Keiner kann mich treffen. Keiner sieht mich. Ich bin ein Geist. Ich bin nur ein Geist. Weil Arz schon erobert ist, gehe ich gleich zu B. Oh, shit, shit. Oh, oh, oh. Oh, shit. Ich habe ihn. Oh, nein. Zu spät. Er hat nur noch 11 HP. Der war zum Glück relativ scheiße, aber ich konnte leider nicht zurück im Griff regieren. Bleib einfach am Leben. Ich spawn bitte. Das sagst du so einfach. Bleib am Leben. Bin schon da. Aufzug. We. Oh, ich verstecke mich. Du hast den Vortritt. Mag die jetzt von Mexiken? Wo war der jetzt? Rechts war er nicht. Da kommen alle von rechts. Oh, nee. Ich lege mich. Und ich renne wieder durchs Feuer. Es ist doch jetzt nicht mehr. Ich habe mich aufgelust. Aber, Mann. Das geht ja wieder nicht. Da schnupft er nicht schnell genug. Einfach mal eine Karte. Jawoll. Schöne Runde. Es ging. Die Runde ging. Die Runde war ganz gut. Ich habe coole Sachen erlebt, aber manchmal hatte ich auch viel Pech. Zum Beispiel mit dir spawnen oder mit dem Panzer oder so. War ein bisschen... Naja, aber die Runde ging. War nicht schlecht. Die war gut, ja. Ja, somit bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Runde. Bis zur nächsten Folge. Ciao.